Auch in diesem Jahr wird wieder eine wissenschaftliche Tagung zu Peter Hacks und seinem Werk stattfinden. Das diesjährige Thema wird sein Hacks und der Marxismus. Wir haben dazu eine Reihe von wissenschaftlichen Beiträgern eingeladen, sowohl aus dem Innen wie auch aus dem Ausland. Sie kommen auch aus der Schweiz, aus Italien, aus Indien sogar und werden am 31. Oktober ihre Vorträge halten. Alle Hacksfreunde und Freundinnen sind dazu herzlich eingeladen. Nirgends ist die Community besser zusammen und kommunizierfreudiger als an diesem Tag. Es ist sozusagen ein Zentrum, ein geistiges, der Hacksforschung. Ich lade Sie also alle sehr, sehr herzlich ein und Sie dürfen auch keine Scheu haben, wenn Sie mittags noch nicht so vertraut sind. Kommen Sie hin ins Magnushaus am 31. Oktober. 10 Uhr geht's los und es wird Ihnen ein großes geistiges Vergnügen sein. Das kann ich Ihnen versprechen. Das kann ich Ihnen versprechen. Das kann ich Ihnen versprechen. Vielen Dank.